Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer verglich diese Woche die Amazon-Gegner in der Universitätsstadt mit den radikalen Demonstranten des Capitol Hill in Washington D.C. Auf Facebook erklärte der Stadtoberhaupt, der die Teilnehmer einer Amazon-Protestaktion im Ratssaal zur Anzeige brachte und dafür sowohl Lob als auch scharfe Kritik erntete, das gefällt manchen nicht, weil sie das Anliegen der Demonstranten teilen. So darf man das aber nicht angehen. Dann landet man irgendwann bei der Stürmung des Capitol Hill. Unser Capitol Hill ist das Rathaus. Das Bündnis gegen das Cyber Valley weist den Vergleich mit den amerikanischen Trump-Anhängern in einer aktuellen Pressemitteilung entschieden zurück, denn von den Demonstranten gegen den Online-Handel sei keinerlei Gewalt ausgegangen.